moin moin liebe leute herzlich willkommen zurück zu bau ja genau frisch aufgetankt frisch erholt repariert gehen wir jetzt das ding da abgeben und hoffen wir mal dass wir dafür was bekommen da da müssen wir hin da können wir das ding abgeben dann schauen wir mal was wir dafür bekommen und das büchlein darf und ja jetzt ich habe nichts bekommen oder war das irgendwie ein fehler das ist ein bisschen komisch stationsnahme placeholder item nein immer noch kein feines leder aber getreidemühle und den herd müssten wir noch bauen lassen mich mal kurz aber zurück die tiefen zwei ja ist jetzt ein bisschen komisch normales krieg und immer erst mal oder was ihr kriegt hat habe ich leider nichts mitbekommen okay wir brauchen den herd noch das spinnrad habe ich mal habe ich das echt vergessen feinstoff feinleder bergsteiger rucksack ich hatte nur einfach dieses binrad vergessen aufgebaut ach verdammt feinleder zehn stück dann komm mal her dann mal feinleder okay da können wir ja komm da haben wir mal ordentlich durch hautfetzen haben wir und salz sowieso genug da ist feinstoff oh moment bevor ich jetzt da alles mache ich mir erstmal eine bessere waffe gell machen wir uns doch erstmal eine bessere waffe das wichtigste von allen karl hat kriegshammer okay streitachs wenn wir die streitärzten achten wir nehmen streitachs genau und kassert hammer ein kraftvoller hammer der oft zur letzten verteidigung eines zwergischen heims aufbewahrt wird großartig gegen gepanztert hatte feinde schwerer angriff um einen wuchtigen haben wir hier schon mal den helmen auch geil okay 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 warte mal stand es bei den anderen spitzhacken auch immer da was werkzeuge okay hier sind tatsächlich die waffen auch eine waffe ich nehme hier die kriegsakt schildwahl brauche ich nicht okay rüstungen ja da habe ich jetzt momentan nur das dann machen wir unten weiter mann oh mann ich habe einfach nur das spinnrad vergessen also manchmal ist schon ein bisschen pulkig so feinleder brauchen wir noch mal ordentlich leder wir können ja ordentlich herstellen ich habe ja auch sehr viele stoffe gesammelt lassen wir mal ganz kurz gucken wir haben jetzt drei feinen leder machen wir noch mal sieben stück da vier fünf sechs dann hätten wir noch mal sieben dann noch mal drei stück wäre wäre nummer acht noch mal drei stück wäre nummer neun und noch mal drei stück wäre denn zehn zehn stück dann gucken wir mal hier und zwar mein bergsteiger rucksack perfekt perfekt rucksack wechseln halber die weit viel guckt jetzt an wie viel platz das ist krass geil das ist richtig cool gefällt mir gefällt mir das gefällt mir so der herd und die getreidemühle machen wir mal die getreidemühle hast gar nicht mehr hier rein ne gott warte mal dann packen wir die packen wir die mal da hin getreide herrscht haferflocken hafermilch teich hafermilch ok dann haben wir hier den herd den packen wir mal einfach mal da hin kartoffelbrei schauen wir mal was können wir alles machen heppe tagine ok komplexe mahlzeit wächterschüssel haferflocken und moosbeeren bereite mir das mal zu aber ich glaube das ist dann wieder auf esstisch definitiv ne wenn wir jetzt hier warte mal eine hafermilch packen oh ja cool ansonsten habe ich alles ne außer diese ganzen ständer pigmentmühle zermalt halb edelsteine und verwandelt sie in bunte pigment achso ja das ist das das umändern da naja ansonsten habe ich so ziemlich alles guck mal da kommen wir auch nochmal einig dazu käse omas schmortopf und wenn ich jetzt nen teich mach hm hm hammer ne ok krass naja mit einer rune vertieren das war hier äh austauber und schadensbonus gegen tiere mhm angriffe verursachen kälteschein schwerer angriff von feinde zu verlangsamen feuer schaden jo machen wir feuer schaden drauf hm oh was kommt denn da noch alles ja ist auch wieder wow hafermilch hafermilch joa das sieht ja mal echt lecker aus hm ok das hafermilch kennen wir aber grad nicht keine guckst du hafern ja hm aber wenn ich jetzt das so mach und so macht dann müsste ich mehr schaden machen ne dann gucken wir mal wow wow tschuldigung ich hab einen schluck auf ich versuche den zu beseitigen oh tschuldigung zu beseitigen jetzt bin ich mal gespannt wir müssen ja da noch durch ich habe jetzt einen besseren helmen ich habe jetzt einen besseren helmen ja ja hier ist ja hier ist ja ziemlich viel für die jetzt 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 naja da gibt es noch nicht mehr die 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 der von der die 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 ja das muss ich nur einzeln irgendwie alles gut ja jetzt mache ich hier beschworen jetzt jetzt wird jetzt seid ihr fällig aber bitte bevor jawohl der nächste ist weg ich muss ein bisschen aufpassen was die nicht alle auf die eintraschen meine rüstung ist glaube ich kaputt na ja wohl der nächste ist kaputt den daneben den daneben den daneben oja er war okay okay der hat jetzt gehauen jawohl aufpassen ja jetzt habe ich dich jetzt habe ich die gleich die andere halten mal kurz still endlich meine waffe hier ja ja jetzt meine mann da kommt noch einer jawohl ja noch so ein uhr rück oh naja jetzt habt ihr es mit einem kräftigeren zwerg hier zu tun jetzt mache ich nicht platt jawohl wow wahnsinn wieder richtig geil warte wir machen das hier noch kaputt das sind nur orks alles klar ja ja jetzt haben wir das lager sehr schön das können wir den anderen orks schlössel auch mal verwenden wow das könnt ihr mich mal kreuzweise ihr orks uhr rucks nun habt ihr nicht gesehen ich werde euch jetzt alle zwar von platt machen meine rüstung ist zwar im arsch aber egal alles schön 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 wir Larke der Meyerinci ist mal da mal Nein, nein, du brauchst keine Rufen Deine Verstärkung ist gar nicht unterwegs Nee, nee, ich muss meine Rüstung reparieren Nee, nee, wir brauchen keine bessere Waffe Wir müssen uns nur besser verteidigen Naja, nochmal scheiß Urux hier, ey Hältst du deine Füße mal still Oh Ach so ein Uruk Ich bin so viele Uruks hier Oh, okay Ah, jetzt Jawohl, ich glaub den einen hab ich Mach ich dich platt Komm her Ich kann das nicht einfach aufgeben Muss das dieses Lager platt machen Halt da Also das kommt ja immer wieder Sehr schön, nehmen wir mit So, was haben wir hier drin? War noch irgendwas da? Nee, außer Beißwurz Ist hier grad nichts, okay Gut, ich glaube Ich glaube, ich sollte erstmal zurück Watscheln Um dann die Rüstung zu reparieren Sonst habe ich hier nämlich echt ein Problem Dann mach ich hier unten nämlich weiter Wir müssen halt immer vorsichtig ran Aber jetzt ist es ja zumindest schon mal so weit Dass das Lager hier kaputt ist Und kommen wir hier nachher auch gut durch Sehr, sehr, sehr schön Wenn das wenigstens mal anbleiben würde, ne Das wär toll Okay Komm, wir müssen nochmal zurück Erstmal nochmal komplett, ähm Ja Aufrüsten Aber jetzt haben wir endlich Endlich Ähm Was kannst du nur noch kochen? Du kannst das nicht kochen Ein Kartoffelbrei Komm, mach mal Kartoffelbrei Brauch jetzt 42 Sekunden In der Zwischenzeit Bringen wir nochmal kurz Sachen weg Münzen rüber Ähm Ja Was? Hier haben wir das Was das? Das? Oh, Teich habe ich aus Versehen mit Auch Mein Schwert auch, ne? Gott, oh Gott Mal das Schwert wegpacken So, Stoffreste Jawohl Passt doch Wunderbar Lass mir doch gucken Was kann man da eigentlich So, den Teich da rein Da hat die Saat rein Gut, einmal essen Oh Gott, oh Gott Ja, das ist ein Kassert Die, die wir jetzt hier gemacht haben Was ist das für eine Durins Ja, wir müssen noch Muznackenstatuen finden Ne Aber Ähm Gehen wir noch Doch, komm Wir gehen rüber Das reicht noch Zwergenbinge Zack Mal gucken Was mich da hinten Überhaupt jetzt noch erwartet Ich glaube, dass da hinten Auch nicht mehr so groß ist Ne, 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 ne So Hier ist alles leer Sehr schön Mit der Axt komme ich jetzt auch wirklich mal ein bisschen vorwärts, ne So, mach die imaginäre Wand hier auf Hallo 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 Lol Ich glaube, der lädt gerade hier nicht, ne Gebiet Was ist denn das jetzt hier Ah, jetzt Er hat gerade das Gebiet nicht geladen Auch nicht schlecht So Okay Da war ich Das ist hier, glaube ich, nur einmal durch Ja Das ist hier nur einmal durch Alles klar Was finden wir hier noch Ich muss die Muznackenstatuen Aufpassen, dass wir die Nicht übersehen Oh nein Nein Also wieder so Oh ja, so ein Kriegsherr Auch wie gut Dass wir uns Den kriegen wir aber hin Ja Ja Komm her Du Böse Wicht Perfekt Na Jetzt Jetzt Er hat aber auch keine Anzeige diesmal Ach du heiliger Strohsack Der verzieht sich gerade ein bisschen, ne Okay Okay So Jetzt Weg mit dir So So Mein Kriegsherr Oh ja Du bist dran Du musst sterben Aber warum hat der jetzt keine Anzeige Ach Gott, oh Gott Ein Uruk Oh nein Das führt nix, oder? Das führt nix, oder? Das führt nix, oder? Stirb einfach, okay? Oh man Ne Das Wird so nix, ne Braucht den da hinten Der ist tot Der ist tot Jawoll Wunderbar Jawoll Der ist weg Ah, fief Geil Der nächste Krieg ist ja endlich weg Jetzt hält der halt noch hier ordentlich stand, ne Jawoll Ah, geil Wir haben wir auch bereinigt, ne So, hier müssen wir aber auch nix finden Hier haben wir halt wieder ein bisschen Gold und so Dann mal gucken Irgendwo ne Mutsnackenstatue oder so Sieht nicht danach aus Okay Geilo Ach ja Der Weg ist nicht mehr weit Aber ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass da Aber eigentlich hätte man damit rechnen können, ne Eigentlich Egal Ja gut Dass die Rüstung kaputt ist, ist ja wohl klar, ne Geilo Okay Das nächste Stück haben wir geschafft Das war jetzt falsch abgebogen Da müssen wir rein abbiegen, ne Oh, herrlich Okay, meine Lieben Ich flitz nach Hause Reparier alles Pack wieder alles in die Kisten Und dann Ja, wo gehen wir in Zwergenbingen weiter, ne Danke euch fürs Zuschauen Tschüss Bis zum nächsten Mal